Morgen ist der Wiese beim Coop wieder. Gute Sachen, müssen nicht immer viel kosten. Ein Pack Zweifelchips, Natur oder Paprika kostet morgen bei Coop nur 4,15. Und 500 Gramm Peperoni, grün, rot oder geil nur 2 Franken. Ein Liter Coop Sonnenblumenöl gibt es für nur 3,50. Ausserdem offeriert Ihnen Coop diesen Damenpulli in verschiedenen Farben und Tessins für unglaubliche 39 Franken. Nicht nur bei den Aktionsangeboten, auch beim TV-Quiz kann man das Budget korrigieren. Wenn Sie Ende Woche zu den möglichen Gewinnern hören möchten, sollten Sie sich den Namen dieses 2-Phasen-Schnellreiniger für 3.10 merken. Also, auf Wiedersehen, bis morgen im Coop.